Wenn wir budgetieren, orientiert am Wettbewerb, dann schaffen wir uns keine eigene USP, keine Unix Selling Position, sondern wir gucken immer nur, was die anderen tun. Und das ist nicht gut. Das ist eine generelle Tendenz in Märkten, sie sind nachher alle gleich. Sie sind alle gleich. Sie gehen in die Pizzeria, es ist alles gleich. Sie haben alle das Gleiche im Angebot. Jedes Eiskaffee heißt Venezia. Sind das schon mal aufgefahren? Eiskaffees heißen immer Venezia. Wenn Italiener dahinter stecken, immer Venezia, egal in welcher Stadt, es heißt immer Venezia. Warum muss das alles immer so gleich sein? Weil die Leute offensichtlich keinen Mut haben, ihre Individualität zu leben, sondern immer gucken, was die anderen machen, sich möglichst angleichen. Und das passiert. Eine Angleichung. Keine klare Positionierung, sondern eine Angleichung. Man macht das, was der andere macht, man macht es nach. Wenn der erhöht, erhöht man auch. Das ist keine gute Marketingstrategie. Das ist keine USP, kein Herausarbeiten der eigenen Stärken. Natürlich muss man schauen, was funktioniert. Gar keine Frage. Wenn der andere etwas entdeckt hat, was funktioniert, dann kann man das durchaus auch nachmachen. Aber ständig fixiert zu sein auf das, was der andere tut, das ist keine gute Frage. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.